Noch was? Nein, warte, lass gucken... Bild... Nee, alles klar. Wir brauchen noch mehr Heid. Wir müssen jetzt irgendwas killen hier. Ähm... Hier rennt noch irgendwo noch ein Spino rum oder sowas. Nee, hier, was kleines. Ähm... Ich hab vorhin... Hier liegt noch... Ah, nee, das ist noch unser. Der steht gleich auf. Der steht jetzt auf. Äh, wir brauchen Heid. Auf jeden Fall hier. Verdammt, das ist zu hoch. Ja, aber die Brontos sind schwer. Die haben Kilos dauernd lang. Oh, Mann. Da ist was aufgestanden. Ja. Ja, da drüben sind Swikes, aber die sind nicht über den Fluss. Mann. Ohne... Ohne Heid können wir nichts machen. Ja, ja, ich sag's. Irgendwas brauchen wir. Noch ein Bronto. Ein Bronto? Nee, das Ding kommen alle beide. Nein, ich sag noch ein Bronto. Alles klar, okay. Nee, das ist wer ihr sind am Bronto uns greifen. Du hast da vier Brontos. Ich seh' einen Stego. Okay. Ich komme. Komm mal. Ah, verdammt. Das wird nicht mehr reichen. Wir kriegen den Spiele auf keinen Fall. Verdammt. Wir haben aber auch Pech. Ist das nicht... Ist doch... Geh weg, du Würstchen. Ohne... Ohne... Habe ich auch gesehen mit verkehrten Pfeil beschossen. Soll ich mal lachen? Zack. Na ja. Du da. Komm her. Passiv. Ohne... Nein, die sind mir alle nachgelaufen. Die Holzköppe. Oh ja. Hier bin ich, Mensch. Ja, sehr schön. Komm her. Und jetzt schlagen wir zusammen. So. Oh ja. So. Wunderbar. Gib mir einen Halt. Was machst du? Nein. Oh. Jetzt haben sie den Bronto angreifen. Ja. Mann, okay. Mitkloppen, oder? Natürlich mitkloppen. Na gut, das musst du viele Pfeile haben. Wer hat den hier Bronto angegriffen? Der Stüge, glaube ich. Der Stüge, glaube ich. Der Stüge, glaube ich. Wieso hat der Stüge gewissen? Ich weiß nicht, dass du piefen? Nein. Da Bronto ist kein Stüge. Tod. Tod. Da kommt der andere. Ja, der andere kommt auch noch. Feuer, Feuer, Feuer. Ja. Schildkröte haben auch angegriffen. Sehr gut. Wenn schon, wenn schon. Geh weg von der Schildkröte. Ja, ja. Ich geh schon. Auf. Bogen kaputt. Wirklich da. Okay, haben wir. Achso, der tote Bronto. Ich habe leider nichts mehr, wo ich dem helfen kann. Ich heile den Spino gegen. Ja. Gibt ein bisschen Damage. Ich habe die Schildkröte. Ja. Ja. Okay. Ich habe ihn nicht überlebt. Spino, komm her. Heilen. Zack, zack, zack. Schettin, hast du noch Schettin? Ja, habe ich. In den Tisch. Steht er? Ja, er steht. Guck mal. Ano Schettin. Zack, zack, zack. Anziehen. Anziehen. Bauen, bauen. Schettin brauchen wir. Ja, wo ist dein Tisch? So. So, komm mal her. Der hat 1100 Leben. Wer hat denn 1100 Leben? Okay. Bleib mal stehen. Schön. Wo hast du den aufgebaut? Komm doch einfach bei den Stigos. Da sind die. Stigos. Stigos. Siehst du Stigos? Ja, ja. Parasaurier sehe ich. Nein, den Stigos sehe ich gerade nicht. Ich weiß nicht, wo du hingelaufen bist. Lauf mal zum Fluss. Ich sehe auch den Spino nicht. Du bist weggelaufen. Bei den toten Brontos. Du bist in die falsche Richtung. Lauf auf die toten Brontos zu, bitte. Ah, okay. In die Richtung. So. Gut, Domino. So. So, ich habe den einen Poto gerade weggehauen. Komm weit. Ja. Es läuft die Zeit davon. Ich häng da. Wieso häng ich da? Wir haben als Spino. Komm ich nicht. Hängt da irgendwas fest und ich sehe nicht an was. Was ist denn hier los? So. Wieso greift der mich an? Der blöd Mann. Ich habe keine Pfeile. Ich kann nicht helfen. Du musst jetzt kommen. Oder steig ab. Ich bin da gar nicht drauf. So. Wer greift dich an? Der Bronto. Der Bronto. So. Aber wieso? Der hackt gleich die Schmiede kaputt. Komm her. Komm her. Komm her. Ja. So. Der ist tot. Der Trike. Okay. So. Ich glaube nur, da kommt der nächste Bronto. Die Schmiede ist kaputt. Alles gut. So. Alles überlebt. Alles gut. Ja. Ja. Tja. Scheiße. Außer die Schmiede hat nicht überlebt. Da ist noch. Ja. Pech. Da ist noch eine Packung drin hier. Hol's dir raus. Jep. Schmeiß den Rest halt weg. Aber die Viecher müssten hier. Der. Der. Der Spino müsste abgehen. Und 2000 Leben. So. Ja. Ich pack mal. Ich sortiere den Spino gerade mal ein bisschen. Okay. So. Ja. Ja. Kannst du die anderen Level ein bisschen. Äh. Level verteilen oder so. Am besten. Ja. Nur Damage. 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 Der hat nix. Okay. Wehmut. 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 Wen hab ich gelabelt? Ja. Ich hab. Vielleicht hat der Stego alle gekillt. Ich hab auch mit Pfeil geschossen. Ich brauch noch auf jeden Fall. Ich hab noch keine Pfeile. Ich brauch auf jeden Fall Pfeile. Ähm. Ich leg da 50 rein im Spino. Ne. Aber das ist gut. Ich kann noch welche bauen. Ich baue welche. Ich hab über 100. Nimm sie einfach. Ich baue auch welche. Moment mal. Wie viel haben wir denn noch hier? Äh. Hast du noch Eisen im Gepäck? Ähm. Ja. Hier. In die Schmiede. Zack. Äh. Hier irgendwo liegt der verdammte Zeug rum. Ich hab mit Hansa Heid weggeschmissen. Na gut. Aber Heid liegt dir doch genug rum. So. Drei mit. Drei mit. Drei mit. Drei mit. Drei mit. Kannst du ne Schmiede bauen? Kann ich schaffe? Ah. Drei mit Zeit. So. Guck mal. Wo fehlt mal die Gute kriegen noch. Ähm. Der Rest ist weg ne? Wir haben kein Schittim mehr ne? Oder wo ist der Fehler? Ich hab noch über 100. Ja dann. Ja dann. Ah. Ah. So, und jetzt ist es gerade. Sag, drei, vier. Hast du vier? Ich habe vier, mir fehlt nur 30. Hast du die gerade genommen? Alles klar? Ja, ich habe die genommen. Okay, ich hätte alles andere. Aber gut. Sag, irgendwas greift an. Ich greife nicht an. Okay. Was hat er jetzt gerade angriffen? Keine Ahnung, ich weiß nicht was. Ei, ei, ei. Steht der Stevo auf Wandern? Zufällig hier der... Ne. Sie folgen dir, nein. Okay, lass mal sein mit Folgen. So. So, ich stelle dieses Ding hin. Wenn ich es könnte, wenn ich es finden würde, da ist es. Zack, zack. Blub, blub. So, Schettin ist drin. Fiber ist drin. Heid ist drin. Heid ist drin, okay. So, Armory. Schettin. Zack, 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 zack. Einmal komplett. So, sehr gut. Pfeiler craften. Zwei. Zwei. Okay. So, nimmst du sie dir und ich nehme... Alles drin. So, nimmst du mir das besser aus, wenn wir wieder Acid Rain haben. So. So, und jetzt ein paar Pfeiler. Genau, jetzt ein paar Pfeiler. Zack, zack. Ist da noch zufällig noch was drin? Ne, ne, ist nix mehr drin. Hast du dein Lagerfeuer leer gemacht? Nein, noch nicht noch nicht. Es liegt da hinten mit über 30 Fleisch. Fertig. Sehr gut. Wo ist da hinten? Oder soll ich damit... Ja, bring es einfach mit. Hinter den Stegos. Gut, ich bring es mit. Bring es einfach mit, bitte. Komm, mach schon, mach schon. Weißkraft auch gar nicht weiter. Geh mir aus dem Weg, ihr blöden Viecher. Zack. So, da ist der Helm. Und dann noch ein Eisen hast? Nein, aber ich droppe hinter dir mal Fleisch. Doch, habe ich ja. Hinter dir liegen 30 Fleisch und ich lege das Metall rein. So, liegt drin. Oh, ich muss mal den Mist wegschmeißen hier. Was denn hier? Warten mal was trinken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Was ist hier los? Komm schon. Wieso jammert mein Typ? Warte, Durst, Hunger? Äh, Durst. Ich zieh mir gerade den ganzen Stack rein. Zack, ist drin. Pfeile brauche ich auch noch. Baue ich. So, da ist fertig. Aus. Geht mit den Nerven. Zack. Rein damit. Weapons, Melee. Noch eine Milch. Wie ob soll ich da drauf drücken? Manchmal, also verstehe ich das nicht. Wirklich, ich verstehe so oft. Ähm, hier ist noch eine Spitzhacke für dich drin. Danke. Ja, ich mach gerade Bloodpix. So. Bloodpix habe ich vier Stück. Könnte ich auch noch eins vertragen. Vier Stück reicht nicht. Fünf, auf jeden Fall. So, jetzt mal aufräumen hier. Das fimmt weg. Ähm, warte, die kann ich alle kurz essen. Haben. Und die esse ich auch mal. So, Drop. Drop brauche ich nicht mehr. Drop, 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 Drop. Ein bisschen Holz räumen. Holz, ja, habe ich auch. Prima, wunderbar. Jetzt werden wir es dann wahrscheinlich. Sollten wir dann bald losgehen, gell? Ja, ich sehe, ich will noch gerade meine Bogen reparieren. Ja, ja. Reparieren, reparieren. Ich habe sogar ein zu wenig. Reparieren, reparieren. Food of the... Ja. Of the nix. Of the mist. Ja. Okay. Da, da, da. Da haben wir einfach das. Davon habe ich genug. Da. So, jetzt baue ich mal Pfeile. Gut. So, Pfeile habe ich 140. Reicht mir an für sich. Sehr gut. Sollen wir die alle mitschleppen jetzt langsam? Ja, natürlich. Ich pfeife mal. Ja, ich schaue wieder das Schlusslicht, würde ich sagen. Dass wir die auch alle mithaben. Die machen die Schneide frei. Okay, ich baue mir noch einen Bogen. So, blöck, blöck, blöck. Weiter. Aber hey, wir haben da ganz schön aufgekramt. Die ganzen Fronten sind weg. Oh, Mann. Okay. Rennst du da so zick-zack oder rennen nur die Viecher so zick-zack? Okay, ich habe die Erklärung schon. Die Viecher. So, kommt sie mit, ihr Stegels. Ja, so ist es. Weiter. Schneller. Helmert nicht ewig Zeit. Okay, weiter geht's. Ja. Sind sie alle dran? Ja. Okay. Sind alle da. Sieht soweit ganz gut aus. Mhm. Dann gehe ich ja hinten zu schauen, dass alle hinter, nein, hinter, nein, hinter dir sind. Äh, Hengstelle. Die sind alle nebeneinander. Oh, Mann. Hinter mir Hengstelle. Ja, Moment. Äh, ja, nein, der eine Hengstelle kommt auch. Moment, ich helfe meinen. So. Er kommt. So, jetzt hast alle hinter dir. Da sollst du dich da irgendwie im Kreis drehen. Komm, weiter. So. Ego sind aber sowas von blöd. Eins, zwei, der dritte. Komm, drehst dich bitte um. Ja, der kommt auch gut. So, ich schreibe mal mein Inventar wieder leer. Ich hab, wieviel, 100 Zeug hier gehackt. Alles, die Guss sollten bei dir sein. So, ich hab mich immer weggeschmissen. Äh, super. Essen hast genug. Ich hab jetzt keins mehr. Alles klar, jetzt hab ich noch jemand weggeschmissen und hab ich weggeschmissen. Mein Bogen hab ich weggeschmissen. Sehr gut. Gute Wahl. Bogen wegschmeißen. Immer gut. Das ist das, was wir als erstes wegschmeißen, oder? Oh, Mann. Warte mal, wer ist hier der Profi? Äh, Profi? Was heißt Profi? Nicht immer übertreiben, wenn du maßt. Auch mir die Damage. Ja, passt. Die Stegos level ich mal gratis in dem bar. Zumindest, wenn wir sie dafür haben. Ja, okay. Machen wir noch nebenbei ein paar Pfeile. Du bist doch gern eingeladen, gegen alles zu hauen, was dir im Weg steht. Ich bin ja hinter euch. Das ist das Problem. Ich schau ja, was die hinter dir sind. Dass man kein Stego aufhaut. Und daher, da steht nix mehr. Warte, hier kann man auch noch ein bisschen. Gut, gehen wir doch. Warum nicht hängen sie doch im Trike, oder rennst du nicht gerade? Ich hänge gerade nicht. Okay. Äh, ich geh gerade nicht. Warte, wenn ich nicht runterkomme, geh ich auch wieder. Was ist denn dämliches Schwein? Stirb. Stirb, du Schwein. Ja, dämliches Schwein ist doch wahr. Ja, ja. So. Okay, so. So, jetzt müssen wir einen für sich durchkommen. Ja, einen Stego hast, zweiten Stego hast, unser dritte kommt auch gut. Alle da. Oh, infekte. Alles aufgeräumt. Sehr schön. So, ich gucke nochmal den Onkel Spino an. Wie sieht der denn aus? Sehr schön sieht der aus. Sehr schön. 2.100 Leben. Ich hab uns zwischen dem Glück noch mehr Ledermatch gegeben. Affen. Ach, ich gucke mal auf. Aussitzen. Ja, bin ich straff. Die sind alle schon platt, wunderbar. Gut, komm mal wieder runter. Ja, ich bin schon unten. So, wie sieht's aus? Sind die Stegos gelevelt? Wie viel haben die denn? Hier, der kann noch... Der hat auch noch ein Level. Was ist eins? Soll ich die entleeren, wenn die Volls haben? Ja, teilweise. Nicht alles. Okay. Kannst du nicht weitergehen? Ich stehe auf dem Stego drauf. Ja, ich entleer mich mal gerade wieder. Ich packe immer Steine und ziehe es noch mit. So, jetzt gehen wir auf den nächsten Stego. Der ist so gut wie der. Reparatur. Also zwischen Stego stehen macht keinen Spaß. Was, was war hier jetzt? Was ist hier jetzt wieder? Irgendein Getier. In den Insekten? Irgendwas versucht das Spiel nur zugreißen. Da hat er schon. Gelevelt. So. 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 Du brauchst auch noch ein Level. So. Okay. Alle gelevelt. Alle gelevelt. Gut. Dino, hast du geschaut? Ja. Gut. Der kann nicht mehr so viel haben. Achtung, du vorhin. Ist das ein Raptor? Nee. Das ist nicht so. Das ist gehackt. Du kannst jetzt hier nachkommen, ihr Stegos. No. So. Jetzt bleiben wir hier an der Rampen. Hier bleiben wir diesmal. Ja, warte kurz. Die Stegos. Ja, haben sie sich verfangen? Einer. Nein, nein. Die rennen nur blöd im Kreis. Ich weiß nicht, der hängt. Warte. Ich hole ihn. Ja, die Wand kommt. Beeil dich. Ich weiß. Ich weiß. Ja, klar. Jetzt, wo ich bei dir bin, rennst du plötzlich richtig, oder was? Du Verstegos. Wo ist er? So. Alle da. Wohin rennt der jetzt? Ich bin so blöd im Kreis. Ja, die Stegos rennen irgendwie dauernd so blöd im Kreis. Nicht, nicht. Sie kommen. Also, jetzt kommen sie. Komm. Sieht gut aus. Ich weiß nicht, wo sie hinlaufen, die Trottel. Ja, auch nicht. Aber jetzt kommen sie. Ich habe keine Ahnung, warum die jedes Mal im Kreis rennen. Piep, piep, piep. So, erst noch mal wegen Wasser und so. Ja. Jetzt ist die Wasser. So, erst warte, ich baue mir noch einen Bogen. Mach den Pfeil raus. Okay, was kann ich noch loswerden? Pfeil, dat kann ich loswerden. Dat kann ich loswerden. Werde ich los, werde ich los. Ich habe echt alles an und für sich doppelt. Okay, von mir aus kann es losgehen. Ja, dann gehen wir mal rauf in das Chaos. Ich sehe noch kein Chaos. Ich sehe uns erst mal. Sind wir oben? Wir sind oben. Sehr gut. Wir sind oben. Da hinten kommen zwei Spinos. So, erst mal Passivpfeifen und Feuer. Wenn die kommen, wenn die kommen, ich schieße erst mal auf den vorderen. Gut. Eins kommen? Ein, äh, da, auf drauf. Geh auf irgendwas drauf. Okay. Mauer ist da. Ersten haben wir. Ja. Zweiten haben wir. Zweiten auch. Wo ist der Kerl? Ja. Sehe ich nicht. Doch, wartet. Der Steckokal ist in einem nach. Da, wie Maut ist alter. Ich versuche mal den Spino heilen. Da, wie Maut. Ich sehe irgendwie nichts total hell. Ich sehe gerade nur einen Spino, weil ich den heile. Der ist auf 900 Lehmunzen. Da, wie Maut. Hast du dir die Peile gar nicht genommen aus dem Spino? Nein. Okay. Ich muss kämpfen. Ich kann nicht so viel reden jetzt. Ja. Miletermatch, komm. Ach, du Scheiße. Weg, 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 weg. Mhm. Rontos. Jo. Und zwar viele. Oh ja. Ich sehe es. Sind die Agro von uns? Ja. Auf unseren Spino. Okay. Bist du das? Nein. Ja, das finde ich. Da hast du hier fast gerade einen Pfeil in den Kopf gefangen. Da links, wo der Spino hinrennt. Ja, da ist der Spino, es ist relativ schnell hinterher rennen. So. Oh. Sieg. So. Okay. Haben wir das nicht gesagt? Hat doch wunderbar geklappt. Ich habe mich zwischen den Spino angepfiffen. Ja, du, ich bin nur auf dem Spino gestanden, irgendwo, und habe ihn gefüttert, weil der war ja auf 900 Lehmunzen. Ja. Sehr gut. Das war cool. Ja. War nice, der Hunde. Wurde aber Zeit. Endlich. Ja. So wenig stressig kann das mit Helm sein. Bitte? So wenig stressig kann das mit dir sein, ja? Ja, war das stressig jetzt groß? Nee, die Runde jetzt gar nicht. Die letzte war schlimmer. Ja? Naja, außer unten die Bronto-Geschichte. Die Bronto-Geschichte, ja. Mein Gott. Die Bronto-Geschichte war, ja. Wieso hat der blöde Spino gemeint, er mit dem Bronto mal in die Haxen beißen? Ja, wahrscheinlich wollte er was ganz anderes und hat den erwischt. Ja, so nimmer. Das war wirklich extrem, aber dadurch waren unsere Tiere auch richtig stark. Oh ja, die waren gut gelevelt dieses Mal. Ja. Die Stegung ist jetzt beim Hochgehen, den einen Stegung, habe ich elf Level dann verpasst. Ja, das haben die auch dementsprechend ausgezeichnet. Da haben die richtig schön genommen, ja. Ja. Ja, das war eine tolle Wunde. Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch auch. Ne? Genau. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. In dem Sinne, habe die Erde. Tschüss. So, Leute. Wenn es euch gefallen hat, gebt bitte einen Daumen nach oben. Wollt ihr mich unterstützen, gebt bitte ebenfalls einen Daumen nach oben. Oder abonniert am besten gleich meinen Kanal Mr. Helm. Jede Menge geiler Videos zur Auswahl, wie ihr seht. Wir sehen uns. Habe die Erde. Tschüss. Ich bin da. Und kuck. Ich bin da. Vielen Dank.